Willkommen Kameraden zu einer weiteren Runde PvP mit meiner Nadler Revolvellen und wie ihr seht habe ich mich umgeskillt und zwar auf Saboteur Ich wollte gerade Ingenieur sagen, aber das ist die republikanische Seite, das heißt Saboteur Ich habe Zwei Drager mitgespielt Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Ganze verstanden habe, aber ich denke schon Wir werden sehen, was ich da so alles rausholen kann an Schaden Ich hoffe, es stört mich keiner, weil ich musste mich darauf achten, was ich mache Also ich muss, ich kann ja nicht einfach Knüpfchen drücken, weil ich das noch nicht verinnerlicht habe Aber wir werden sehen, ich wollte euch das unbedingt mal zeigen So, genau, ich brauche jetzt den, weil der macht jetzt nämlich Schaden und dann explodieren nämlich nacheinander Äh, die Dinger So, stirb du, sag Sickin Äh, ich habe schon 3 Euro Medaille übrigens errungen, weil ich schon habe Abzug Verteidigungsmedaille und 2000 Schaden mit einem Schlag Ähm, Ingenieur, richtig gespielt, macht er eine Menge Schaden, habe ich schon gesehen Also musste ich schon, äh, erspüren, sage ich mal, gegen einen Sniper Sehr gut, Leute Sehr schön gemacht Äh, genau Wie gesagt, wenn der das richtig gut macht, dann Passiert auch, äh, sowas Wer wartet Was ich jetzt vergessen habe, äh Zu Dingsen Warte, der wartet daraus Genau Thermalgranate ist nämlich Hier sehr wichtig Genau So sieht's aus So, erstmal alles auf alle verteilen hier Und, äh, dann geht's weiter Genau So, das meine ich So will ich das sehen Aber meine Energie, äh, gibt's ja Ah, was ich jetzt letztens gesehen habe in so einem tollen Video Ich hoffe, das funktioniert hier auch Äh Da Ha Äh, wenn man rankommt Das habe ich jetzt letztens gesehen Müsste ich jetzt auf die andere Seite laufen So, da muss ich näher ran jetzt Wo ist er hin? Da Ich gucke mal nach hinten Da tappt einer Sehr schön Ich bin ja kein Freund von, äh, Spawn Kills Sag ich mal Ich glaube, so wird das genannt Rauskommen und gleich getötet werden Äh, mag ich nicht so Weil das total unfair ist Ah, fick Daneben Gesprungen Ich will mich doch hier in Position setzen Ja, ich mach mal einen auf den hier Genau Und jetzt setze ich mich hier hin Komm her, du Komm her, komm her Komm her Komm her Trotz ich nicht Boah, da guckt nämlich keiner hin Äh, guckt keiner hin Ähm, ist gut Ist natürlich auch leichtes Ziel Das muss ich nochmal austesten Ich sage euch dann Bescheid Wie das gut funktioniert Ich habe, wie gesagt Ich habe das am Video gesehen Und der konnte da oben Äh, der das ganze Das ganze Video Hat da oben rumgesessen War nicht der Aus dem ich das Perspektive ist Und einer Ja, ist einer Das gesehen habe So, ich renne jetzt hier mal durch Was willst du denn hier So, ich mach mal einen auf den hier Wo war denn jetzt Ah, wir haben drei Geschütze Sehr gut Sehr gut, Leute Dann werden wir jetzt die Mitte Noch ein bisschen erhalten können Ja, 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 ja Ähm, wo wollte ich hin Da So, dann nehme ich den jetzt mal So, und den Sehr schön Ich gehe mal wieder nach hinten Nur zur Vorsicht An deiner Stelle will ich da zurückkommen Wahrscheinlich, ja, genau so Da wird wahrscheinlich Gezogen Kaputt ist er Der ist denn Ist einer Wenn da wir rüber Ja Sehr gut Dann bleibe ich hier 120 120 zu 170 Das schaffen wir noch Ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen gerade Schon den ganzen Tag Kennen die das so Ist ganz eklig Ich nehme es nachher noch zum Sport Wie das geht Sehr gut Ich habe nur 8 Medaillen Dann warten wir hier mal Verstecken sich da alle Oh ja Ich habe noch jawohl sehr schön schönes briefer gewonnen mit saboteur gefällt mir ja nicht so ehrlich gesagt gefällt mir doch die ersten mal habe ich doch mal aufs maul gekriegt war bei diesem ganz sicher nicht kristin meine krist hier 284.000 schaden von uns am meisten und von allen nicht da bin ich dritte mit 200 fast 300.000 schaden weniger als der erste na gut das basiert natürlich auch auf als bereicheffekte und dafür brauchst du auch den frachterflug und so ein kram sicherbitz termalgranate die hätte ich mir jetzt noch mit reinsetzen sollen hier vorne damit ich die auch sehe und nicht in den seiten das wäre dann noch optimaler gewesen das mache ich beim nächsten mal aber für heute ist schluss tschüss